So Freunde, es geht weiter hier mit Salt and Sanctuary hier, wo die Ritter noch Ritter sein dürfen und die Unsichtbaren noch unsichtbaren. Und der Ritter, der haut rein. Das gefällt mir jetzt so semi gut. Und der kann sich eigentlich mal gehackt legen. Nein, ich hab immer noch, warum hab ich denn immer noch diese Scheiße hier? Diese blöden Flaschen. Ich hätte doch eigentlich Grotgras haben müssen. Hey, warum nicht? Ich hab doch da gebetet. Okay, das sind Bronze-Ritter. Entschuldigung! Das sind Bronze-Ritter, ja. Entschuldigung. Okay, der nächste Boss wird leicht. Relativ. Kann ich auch verkacken. Man weiß es nicht genau, aber ich geb mir Mühe. Nicht zu verkacken. Müsste leicht sein, wenn man nicht so dumm wäre und da reinlaufen würde. Genau. Er ist leicht, wenn man den richtigen Moment rollt. Ja. Wenn man sieht, kann man es auch verkacken. Man kann es sogar sehr verkacken. Aber er ist gleich tot. Zum Glück. BAM! Epic Strike! In your face, little bitch. Jetzt haben... Leute. Ganz ehrlich. 30.000 Seelen. Ist ein bisschen viel, ne? Ist ein bisschen, bisschen viel, ne? Würde ich jetzt... Würde ich auch ungern jetzt sterben, muss ich sagen. Ungern. Was zum... Okay, ich geh mal wieder. Tschüss. Ähm, es tut mir leid, dass ich hier... Okay, es tut mir leid. Scheiße. Ich will doch einfach nur weg. Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts. Kletter doch hoch, bitte. Wie gesagt, der was war leicht. Der nächste wird nicht leicht. Kristallschwere. So, wo kommen wir jetzt? Wo sind wir? Wo sind wir hier am Start? Das Tue... Das Tue ist volle. Hey! Hier sind wir... Ach, beim Eingang. Genau. Da müssen wir ein bisschen hoch und dann kommen wir zur Sanctuary. Wo wir leveln können. Was sehr cool wäre. Ja, da ist unsere Sanctuary. Jetzt habe ich wieder Rotgras. Ich verstehe das immer nicht. Äh, aufsteigen. Ganz, 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 ganz viel. Okay, vielleicht auch nicht ganz so viel, sondern nur ein bisschen. Aber you know what I mean. Hey! So, dann scrollen wir da noch ein bisschen raus. Und dann wieder ein bisschen rein. Und dann kommen wir hier. Gucken wir mal da. Ey, das war jetzt... Das war echt dumm. Das war echt... Also das war wirklich dumm. Was habe ich mir denn... Ich habe gedacht, das geht von hier nach da weiter. Aber das tut's gar nicht! Fick dich, Alter. Hücke des Willens. Warum kann ich nicht... Ich habe mir nicht... Hier ist Ende, oder was? Hier ist Ende! Ist nicht dein Ernst. Aber... Man kann das... Oh! Man kann das nochmal. Das wusste ich nicht. Das I don't know. Aber wir machen jetzt hier schwere Rüstung-Action. Ob man schwere Rüstung tragen kann. Man kann nicht schon was an schwere Rüstung anziehen. Zum Beispiel Handschuhe mäßig. Stahlhandschuhe. Stahlhandschuhe zum Beispiel. Die klingen doch eigentlich ganz gut. Kann man vergleichen mit anderen Handschuhen, die ich tragen kann. So die besten, wa? Na, würde ich schon sagen. Ich kann mich noch schnell rollen. Ist mir am wichtigsten. Okay, dann guck mal. Stiefel. Was haben wir denn an Stiefeln mal schweres? Lederstiefel. Die sind nicht schwer, aber... Immerhin. So Räuber-Fußlappen sind auch nicht so schwer. Kettenbeinschienen. Kettenbeinschienen klingen doch schon relativ schwer. Ne? Gibt's denn noch irgendwas krasseres? Stahlbeinschienen ist ja auch relativ schwer, ne? Palling hat ne Stiefel. Wir haben schlechtere Blitzverteidigung. Ne, Blitzverteidigung brauch ich. Brauch ich. Ganz wichtig. Blitzverteidigung hat irgendwas bessere Blitzverteidigung? Onyx Eisenschuhe. Ne. Blitzverteidigung. Blitzverteidigung brauch ich. Also Ketten. Kette ist jetzt super. Boah. Der Shit. Ne, jetzt bin ich ultra slow roll. Kette, 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 Kette. Habe ich hier irgendwas Kettenmäßiges? Ich hab keine Kettenhandschuhe, oder was? Das ist ja nicht allernst. Äh, mach ich mal die Lederhandschuhe an. Der Mantel ist echt super. Äh, aber der Lederhaar nicht. Der Kürz. Wiegt mehr. Kürbis. Können wir mal eigentlich absetzen. Der wiegt, der wiegt ja. Der wiegt 6. Der wiegt ganz schön viel. Was hat denn hier die meiste... Der hat... Der hat ganz schön gute Blitzverteidigung. Okay, jetzt kann ich wieder schnell rollen. Das ist super. Okay. Sehr gut. Dann kriegen wir noch... Oder haben wir schon? Ne, wir kriegen noch einen Ring gegen Blitz. Dann können wir hier wieder runter. Und können jetzt eigentlich schon zum nächsten Boss gehen. Ich sag's euch, Leute. Hier, das folgt hier Schlag auf Schlag. Boss nach Boss. Was ist hier, äh... Kannst du mit Darksutz nicht vergleichen, ne? Oh, kletter doch da... Danke. Bitte hoch. Äh, halt's Maul. Aber ich glaub, wenn ich Blitz gegen die einsetze, ist das ja auch nicht so effektiv, oder? Hier, ihr seht wieder diese Rauchwolken. Da denk ich mal, dass man hier... Ähm... Später noch... Dazu kommt, die irgendwie... Ja, hau ruhig. Hau ruhig, ich block dich. Okay, vielleicht block ich dich auch nicht, aber beim zweiten Mal block ich dich. Dann reposte ich dich. Dann hau ich dich noch mehr. Hast du mich verdient. Huch, jetzt werd ich gehauen. Das ist ja fies. So haben wir nicht gewettet, Freunde. So haben wir nicht gewettet. Krakener Handschuhe. Okay. Könnt ich mir angucken? Mach ich jetzt aber nicht. Äh, pass auf. Hier ist nämlich Trick. Trick 77. Krass, oder? Warte, ich will mitfahren. Sehr gut. Jetzt geht's nämlich nach oben. Hier kommen wir direkt zum nächsten Boss. Ich hab keinen Bock, Leute, ehrlich gesagt. Aber was muss, das muss, ne? Ihr wisst, wie es ist. Ihr wisst, wie es läuft. Und es ist so... Warte mal, was steht hier? Tödlich voraus. Ja, das dachte ich mir. Kommt nämlich... Hier, die gute alte Fackel, ne? Ihr wisst ja, dass das Boss-Symbol ist. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's ab. The Third Lamb. Alles klar. Das dritte Lamm. Des Teufels. Aua. Der macht alles. Der macht nicht nur Blitz, der macht alles. Aber gegen den müssen wir, glaube ich, kämpfen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es, äh, eine andere Möglichkeit gibt. Gäbe. Gegen den zu kämpfen. Haben wir... Haben wir nicht den Blitzring? Das wäre super, wenn wir den hätten. Ja, haben wir doch. Weltverteilung gegen Blitzschaden. Hier, dann mach ich mir das hier weg. Sehr gut. Da haben wir... Sind wir schon mal gegen Blitz wenigstens ein bisschen abgeschirmt. Beine gebrochen. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Ein bisschen gegen Blitz abgeschirmt zu sein. Jetzt will ich nur noch, äh, dass wir eigentlich vergiften können. Jetzt... Mein Gott, Junge. Ich bring ihn doch da hoch. Das ist doch nicht so schwer. Okay, dann nicht. Ciao. Okay, du machst Blitze. Alles klar. Tschüss. Ich will kein Walking, eh nicht zu kämpfen. Aber, aber, okay. Ihr, ihr wollt, ihr wollt kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Ich bin ganz friedlich. Bastarde! Das gibt's doch nicht. Die können doch nicht springen. Ich bin, ich kann springen. Aber, aber der doch nicht. Oh, alter Schwede. Alter Schwede, Leute. Echt. Das ist, das ist nicht, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Ich sag's euch. Ich wollt, ich wollt das nicht. Ich wollt's nicht so weit kommen lassen. Aber jetzt ist es vorbei. Jetzt schluss mit lustig. Jetzt, jetzt, jetzt beginnt der Ernst das Leben, zeig ich euch, Leute. Jetzt beginnt der Ernst. Ja? Pass auf. Pass auf. Ich muss hier erstmal hoch springen. Und dann, äh, dann beginnt der Ernst das Leben. Pass auf. So. Jetzt bin ich nämlich oben. Und jetzt beginnt's die Lust. Jetzt ist hier nämlich, jetzt wird's hier bald zappenduster, Leute. Zappenduster, zeig ich euch. Jetzt gibt's nämlich auf die Ommel. Auf die Zwölf, zeig ich euch. Komm her jetzt hier. Du Lui. Denkst du, weil du bist hier mit deiner Axt und deiner Bronzen in Rüstung? Bildest du dir eigentlich ein? Also echt. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich glaub ja wohl, ich bin im falschen Film. Hier einfach meinen Salz zu klauen. Das ist nicht in Ordnung. Das find ich nicht okay. Das geht so nicht. Das gibt's... Ach ja, hier war ja ne dicke. An den kann ich mich doch erinnern. Gegen den will ich nicht kämpfen. So. Jetzt auch mal Boss-Time hier, ne? Genau. Genug hier rumgealbert. Nämlich Zeit. Mal hier die ernsten Dinge des Lebens zu sprechen. Komm her jetzt, du scheiß Lammvieh. Skorpion. Papageien. Weiß ich nicht was. Hässlich bist du. Hässlich wie die Nacht. Ich sag's dir, ne? Ich sag's dir. Du bist so ein scheiß Vieh. Ups. Mal kurz hier was essen. Weil ich nämlich einfach durch dich durch, wenn du deine scheiß Blitzattacke machst. Und hau dich. Aua. Aua! Das war böse. Das war böse. Das war böse. So. Versuch Nummer 3, ne? Erinnert mich ein bisschen an den Mad Alchemist, was wir hier vor uns haben. Das ist heute Lamp. Aber gut. Damit werd ich fertig. Damit werd ich auch fertig. Damit werd ich auch fertig. Macht gar nicht, mit manchen Attacken macht er gar nicht so viel Schaden. Mit anderen, äh, erwischt er mich denn wieder. Aua. Jetzt beiß mich doch nicht und hau doch nicht. Aua. Okay, wenn er das macht, ist eigentlich relativ gut. Aua. Okay. Bisschen heilen. Bisschen schlagen. Bisschen schlagen. Bisschen schlagen. Aua. Ah, jetzt ist er natürlich in der zweiten Phase. Aber jetzt macht er noch fiesere Moves. Hilft er wohl nicht. Ja, sein Rückhandgelöt hier. Aua. Aua. Neh mal weg ihn. So. Aua. Aua. Fick dich. Du kleine Bitch. In your eyes. I killed you. And your entire family. Bitch. Alter Schwede Leute, ne? Ich glaub es nicht. Was bist du denn für ein Kollege? Diese Luft. Es ist so still. Ja, ich habe gerade den fiesen Boss bekämpft. Es ist überhaupt nicht still gewesen. Hättest du dir mal helfen können. Mich hätte es aus unerfindlichen Gründen in diese Kuppel gezogen. Es ist so einsam hier. Ich sehne mich nach einem Freund, aber ich glaube, ich bin jeden losgeworden, der mich liebte. Sag mir. Hast du von Hartlicht gehört? Nein? Nun gut, dann lass mich dich aufklären. Hartlicht wird ähnlich wie kristallisierte Mondstrahlen beschrieben. Es kann nur von denen gesehen und berührt werden, die die Hartlichtbrandung besitzen. Aber selbst die, die unfähig sind es zu berühren, können seine Spuren erkennen. Wirst du dieses... Du willst dieses Brand mal, nicht? Äh, ja doch. Geh nicht. Ja, genau wie erwartet. Nun, es ist ziemlich einfach. Akzeptiere dieses Brand mal. Äh, ist ein bisschen heiß, Leute. Ist ein bisschen heiß. Jetzt kann ich nämlich hier... Guck mal. Oh mein Gott. Wie kann man nur so von sich überzeugt sein und dann so hart... ...failen? Leute. Das war ja... Das war ein bisschen peinlich, ne? Leute, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ach Gott, ey. Das war... Das war, äh... Ja. Das war nicht so gut, würde ich sagen. Das war nicht so gut. Hallo, Mr. Ritter. Ja, ja, komm. Weißt du? Ist mir auch relativ egal. Ja, bitte, bitte. Töte mich nur. Jetzt hat ich's. Weißt du? Bei... 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 äh... weiß ich nicht. 10.000 Salz. Ja, alles okay. Weißt du? Aber jetzt hat sich 10.000 Salz. Ist genug. Hä? Da hat er Spaß auf. Weißt du? Da ist auch. Da ist einfach vorbei. Jetzt ist wirklich Schluss mit lustig. Jetzt hole ich mir die 20.000 Salz aber wieder. Jetzt hole ich mir die wieder. Kannste aber wissen. Das kannst du wissen. Also... so? Nicht. So nicht. Mit mir? Nicht. Äh... ja. Spring nochmal da hoch. Mit mir kannst du so etwas nicht machen. Ich... Ich bin hier der Blitzmeister. Nicht du. Guck mal. Jetzt kann ich nämlich... Ich kann das nämlich noch nicht benutzen. Ach um nicht. Ich weiß doch nicht wie. Hau mal. Hau mich nicht. Extrem unfreundlich. Diese Ritter heutzutage. Also wirklich. Ich habe gedacht Ritter wären... cool. Aber sind sie gar nicht. Arschlöcher. Jetzt wehe ich da hoch zu dem Riesenritter und haue dem so die Rübe weg. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nein. Nicht. Ich. Ich dir. Nicht andersrum. Aber... Bitte nicht. Bitte nicht! Goddammit! Okay. Dann kann ich auch zu dem Typen da hoch und mir erklären lassen wie das Ganze denn funktioniert. Super! 28.000 Salz. Für'n A. Ich fange nur 20.000 Salz. Also 22.000. Ist egal. Trotzdem ist auch viel Salz. Hätte bestimmt für ein oder zwei Level gereicht. Da war ich wieder gierig, ne? Das passiert wenn man gierig ist. Nie gierig sein, Leute. Nie gierig sein. Weißt du was? Du bist mir auch ein bisschen zu gierig, Freund. Echt? Offensichtlich auch. Gut. Nun. Da haben wir ja, äh, äh, kassiert. Muss man sagen. Ist schon ein bisschen frustrierend. Kann man nicht anders, äh, äh, kann ich nicht anders behaupten. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Jetzt halt's Maul. Scheiß Blitz-Magie hier immer. Ja, vieler Scheiß hier. Das war nice. Ja, du hast natürlich meine Seelen. Also, mein Salz. Was eigentlich nicht viel Salz ist. Aber, es geht ums Prinzip. Okay. Er macht nicht immer noch fertig. Er macht aber auch einen Schaden. Er ist jenseits von gut und böse, ne? Aber ich hab doch schon früher gelernt, man sollte diese Typen einfach wegparryen. Und nicht normal gegen sie kämpfen. Das bringt nämlich gar nichts. Normal gegen diese Typen zu battlen ist nämlich absolut Quatsch. Warte, ich will mitfahren. Oh, danke. So, vorbei an dem Riesen. Da ist mir nämlich scheißegal. Jetzt will ich wissen, wie funktioniert diese verkackte Kacke. Erkläre mir das. Am höchsten Punkt des Turmes. Bitte! Und dann gehen wir nämlich wieder runter in die Wasserhöhle. Und können da Sachen tun. Wahrscheinlich weitergehen. Zum nächsten Boss. Weil wir hatten ja doch nicht genug Bosse heute. Nicht wahr? Da waren ja erst zwei. Erklär mir mal, wie das geht. Du kommst nachzudenken, ja? Äh, ja, nee. Ich mag jetzt darüber nachzudenken. Halt's Maul! Wehre, Wehre, Wärme, Welt bringen, Wehre. Was? Wahre, Wehre, ne Befugnis. Alter! Ich will mir nicht dein blödes Gelaber anhören! Ich will wissen, wie diese Scheiße funktioniert! Muss ich das irgendwie auswählen? Das wäre ja auch Quatsch. Oder? Guck mal, ich hab doch hier... Hartlicht! Ein Wort der Macht ist ein Brandmann, die gewährt seinem Besitzer die Macht über Materie. Trägt dieses Brandmann zu... Um eure Fackel die Kraft zu verleihen. Blaue Arkane Materie. Wie? Ernsthaft? Ich muss... Ist das euer Ernst? Ich muss das mit ner Fackel machen? Mit ner fucking Fackel? Das war... Das war... Das muss ich... Das muss ich sagen. Das war jetzt auch schlecht. Das war schlecht. Okay, Leute! Wisst ihr was? Wir haben jetzt den krassen Trick erfahren, dass man das einfach mit ner Fackel machen muss! Ich sag mal, yeah! Und weißt ihr, was ich noch sage? Bis zur nächsten Folge, Leute! Bis dann! Und ciao! War wieder ein Modsspaß, Leute! Es war ein Modsspaß, sag ich euch!